What? Ich habe heute ein Dings gegessen, hier so Manchu, indisch, habe ich mir da gegönnt in Berlin, vegetarisch, also mit Tofu und so, hat echt gut geschmeckt, war sau scharf, aber gut, ich wollte scharf und war echt lecker, also war heute ein sehr stressiger, entschuldige mich auch nochmal, dass gestern nichts kam, das lag einfach daran, dass ich ein bisschen Zeitprobleme hatte, denn ich habe etwas Neues, Warte mal, mehr muss ich nicht sagen, Destiny sucht voll, macht richtig Laune, kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen, mal zu probieren, ich habe es ja immer abgestoßen, ich habe immer gesagt, das Spiel ist scheiße, weil ich mir nur Videos davon angeschaut habe, aber jetzt haben wir nur selbst Spiele, das macht echt Bock, richtig suchten und ja, gut, wir hören uns dann morgen im Vlog und im 30 Tage Video, also morgen mal zwei Videos, Tut mir leid, dass heute kein Minecraft kam, das wird auch Donnerstag nicht kommen, da ich zur Zeit ein kleines Problemchen mit der TV-Karte abgehe, die spackt die ganze Zeit rum, dass irgendwie die TV-Quelle nicht anerkannt wird, also die PS4, irgendwas stimmt da nicht, muss ich mal schauen, und ja, also macht's gut, bis morgen, euer Flo, tschüss! Dann sind hier, bis zum nächsten Mal, da 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 bis jetzt noch. Dann stepping finden